In diesem Video geht es jetzt um den Lichtsensor und da gibt es einige Parallelen zum Potentiometer. Welche das sind, da gehe ich später nochmal genau drauf ein, genau wie auf den Quellcode. Jetzt möchte ich euch erstmal die Theorie hinter dem Lichtsensor erklären. Dieses Bild dürfte relativ selbsterklärend sein. Wenn die Lampe aus ist, dann gibt der Sensor einen geringen Wert aus. Wenn die Lampe an ist, dann gibt der Sensor einen hohen Wert aus. Wichtig dabei ist noch zu wissen, dass diese Werte jetzt keine offiziellen Einheiten sind. Die Lichtstärke wird ja in Candela gemessen. Das hat damit gar nichts zu tun, sondern wir müssen uns nur merken, niedriger Wert, wenig Licht, hoher Wert, viel Licht. Wir können das Ganze nachher noch mappen, wie beim Potentiometer auch. Der Sensor hat im Endeffekt eine Auflösung von 10 Bit. Das bedeutet, es gibt 1024 Einzelpunkte, die dieser Sensor messen kann. Wir können nachher auch sagen, es soll nicht von 0 bis 1023 gehen. Zum Beispiel unser Minimalwert und unser Maximalwert, sondern er soll von 0 bis 100 gehen. Das ist mit dem Meppen gemeint. Daran kann ich schon festlegen, was mein Minimalwert und mein Maximalwert sein soll. Und daran erkennt man auch ganz klar, dass das mit offiziellen Einheiten nichts zu tun hat. Das reicht für uns aber völlig aus, weil wir müssen nur wissen, geringer Wert, wenig Licht, hoher Wert, viel Licht. Wir können uns nachher selber ausdenken, was die Maximal- und die Minimalwerte sein sollen. Wie funktioniert das Ganze jetzt von der Theorie her? Im Endeffekt ist der Lichtsensor so aufgebaut. Wir haben eine Spannungsquelle, einen Widerstand, dessen Stärke von der Lichtintensität abhängt. Das nennt man photoelektrischer Widerstand und wir haben hier in diesem Fall eine LED eingezeichnet. Ich würde das mal nicht LED nennen wollen, sondern ein Handy-Display, weil dann haben wir direkt ein praktisches Beispiel, wo sowas zum Einsatz kommt. Nämlich, wenn wir ganz viel Licht auf unseren Sensorfallen haben, dann wird dieser Widerstand hier sehr gering und es fließt ein hoher Strom zu unserem Handy-Display. Okay, kennt man ja auch aus der Praxis, wenn wir draußen in der Sonne sind, dann wird das Handy automatisch heller. Wenn wir das Gegenteil haben, wir sind im ganz dunklen Raum, haben nur das Handy an, dann fällt hier kein Licht drauf auf den Widerstand. Der Widerstand wird sehr groß, was dazu führt, dass kaum noch Strom zu unserem Handy-Display gelangt und das Handy-Display runterregelt. Das ist zumindest in der Theorie das einfache Prinzip dahinter. Was die Handy-Hersteller dann wirklich noch damit machen, da wird bestimmt softwaretechnisch nochmal was geregelt und verfeinert. Das weiß ich gerade nicht ganz genau, aber vom Prinzip her ist das genau dasselbe. Also unser Lichtsensor ist genau der Lichtsensor vom Prinzip her wie in einem Handy-Display. Gut, soweit erstmal dazu. Dann können wir jetzt zum Quellcode kommen. Den habe ich mir schon mal in meine IDE reinkopiert. Und ich fange mal hier oben an und zwar intLightSensorA3. Das bedeutet im Endeffekt, das hier ist eine Variable, light-Sensor genannt. Und in diese Variable wird ein Wert eingespeichert, nämlich der Wert, der am analogen Pin A3 gemessen wird. Das ist ja ein Input, der kann also Werte aufnehmen und an unseren Arduino weiterleiten. Und der Wert, der wird im Endeffekt in dieser Variable gespeichert. Und das int ist der Datentyp und wer sich nicht mehr erinnern kann, ist unter dem Video nochmal verlinkt, die Arduino-Code-Referenz. Int bedeutet hier Language-Referenz und unter Datentypen können wir nachgucken, was war nochmal int, was für Daten darf ich da haben. Nämlich bei unserem Arduino Uno gilt, wir können ganzzahlige Zahlen von minus 32.768 bis plus 32.767, die 0 ist mit drin, deswegen geht das hier nur bis 67, können wir aufnehmen. Deswegen haben wir int, ganzzahlige Zahlen von zwischen diesem Bereich hier. So, diese Werte können hier gespeichert werden, je nachdem, was am Pin A3 anliegt. Und am Pin A3 kann nur anliegen, ein Wert zwischen 0 und 1023, denn wir haben eine 10-Bit-Auflösung bei diesem Sensor. Gut, also, wichtig, diese Variable kommt hier nochmal vor. Das heißt, wenn hier jetzt meinetwegen der Wert 500 drin gespeichert wird, weil unser Sensor das misst, dann steht hier auch im Hintergrund sofort 500. Kommen wir gleich nochmal drauf. Jetzt haben wir gesagt, im Void Setup, Serial Begin 9600, schaltet einfach nur unseren seriellen Monitor hier oben ein und wir können uns unsere Messwerte angucken auf dem Computerbildschirm. Was mich persönlich jetzt ein bisschen stört und auch wundert, das Programm funktioniert so, wie es hier eingetragen ist, aber ich hätte gesagt, hier gehört eigentlich noch ein Pin Mode hin, nämlich der Pin Mode ist ein Input. Also Pin Mode von Light Sensor, ja A3, soll Input sein. Es hat, wie gesagt, auch ohne funktioniert. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, warum das nicht gemacht wurde. Wenn da jemand schlauer ist, gerne einmal unters Video schreiben. Man kann es sich sparen, wenn man das weiß, dass man das nicht festlegen muss, dann kann man es auch weglassen. Das Programm wird dadurch etwas kürzer. Ich finde es nur irgendwie ein bisschen unsauber. Von daher mache ich das jetzt mal rein. Wenn ich jetzt Output hier reinschreiben würde, dann würde es natürlich nicht funktionieren, weil Output ist nur eine Lampe oder ein Lautsprecher oder was auch immer. Gut, aber das ist jetzt die erste Änderung zum Originalprogramm auf der Webseite. Funktioniert trotzdem. Dann kommen wir jetzt einmal zum eigentlichen Programm. Und zwar wurde hier als erstes eine neue Variable festgelegt, die auch den Datentyp int hat. Die Variable heißt raw-light. Und in dieser Variable wird einfach nur ein Wert gespeichert, wo wir hier sagen, analog read. Er soll jetzt wirklich hier oben den Pin A3 analog auslesen. Das ist der Befehl. Also jetzt passiert eigentlich erst das eigentliche Auslesen. Er gibt hier Messwerte aus durch den Befehl analog read von 0 bis 1023 und speichert sie in diese Variable rein. Das passiert erst jetzt hier in diesem Schritt. Und der Wert ist dann gespeichert. Den brauchen wir. Nämlich, um als nächstes die Mapping-Funktion zu aktivieren oder zu nutzen, wieder eine neue Variable. Die nennen wir einfach light. Und was passiert jetzt hier? Wir mappen das Ganze, unsere Messwerte von 0 bis 1023, sollen runterskaliert werden auf Werte zwischen 0 und 100. Woher kriegt er denn überhaupt den Messwert her? Hier aus dieser Variable, raw-light. Weil in dieser Variable befindet sich, dadurch, dass er hier analog den Sensor A3, den wir light-sensor genannt haben, ausliest und den Messwert hier rein speichert. Also wenn der Messwert meinetwegen jetzt 500 ist, dann ist er hier drin, genauso wie hier drin. Und dann weiß die Mapping-Funktion, aha, ich habe einen Messwert von 500. Den muss ich von vorher 0 bis 1023 auf 0 bis 100 runterskalieren. Denn das war vorher, die 500 entspricht ja ungefähr der Mitte hier. Ein bisschen da drunter. Das heißt, ich würde hier einen Wert jetzt erwarten, statt 500 irgendwie bei 49 oder 50. Das weiß ich jetzt nicht genau. Also nochmal langsam zur Wiederholung. In der Variable raw-light wird analog ausgelesen, was oben am Lichtsensor anliegt. Dann wird gemappt. Der Messwert, raw-light, wird von 0 bis 1023 auf 0 bis 100 runter gemappt. Und dieser Wert, der dann dabei rausgerechnet wird, der wird wieder hier in light gespeichert. Und dann sagen wir Serial Print, Light Level. Das ist einfach Text. Hier können wir hinschreiben, was wir wollen mit mehreren Leerzeichen noch und so weiter und so fort. Wichtig ist nur, dass das in Anführungsstrichen steht. Und jetzt dahinter geben wir mit dem Befehl Serial Print LN den Messwert aus, der hier gemappt wurde. Wenn ich das Ganze jetzt mal austeste und auf den Arduino spiele, dann kann ich mal gucken, wie hell ist es bei mir überhaupt gerade im Raum. Upload Complete. Ich muss mir den seriellen Monitor hier oben einschalten. Ja, jetzt fängt er an zu messen. 42, was auch immer das bedeutet. Es ist nicht ganz hell und nicht ganz dunkel. Ich kann es aber dunkler machen, indem ich jetzt meine Hand darüber halte. Und ich kann es heller machen, indem ich jetzt zum Beispiel eine Lampe anmache. Und damit auf den Lichtsensor fahre. Na, so, jetzt. Jetzt habe ich es heller gemacht. Soweit erstmal dazu. Die Helligkeit 100, die habe ich gerade gar nicht hingekriegt, obwohl meine Lampe eigentlich ziemlich hell ist. Also es geht nur bis auf 73, 48. Vielleicht muss man einen Laser draufhalten, ich weiß es nicht. Oder man muss mal nach draußen gehen und gucken, ob man es da heller kriegt. Ich würde jetzt fast erwarten, ja, mir wundert mich ein bisschen, dass ich es nicht auf 100 kriege. Vielleicht kriegt ihr es ja hin. Müsst ihr mal austesten. Ich nehme die Lampe jetzt wieder runter und merke, es wird sofort wieder dunkler auf einen Mittelwert. Und das ist im Endeffekt das Programm. Also hier haben wir mit mehreren Variablen gearbeitet. Ähnlich wie auch beim Potentiometer. Und sind soweit jetzt eigentlich durch damit. Der praktische Anwendungsfall ist das Handy. Und wir können jetzt zum Beispiel sagen, dieser Sensor soll noch mit der LED verknüpft werden. Das könnt ihr ja mal ausprobieren. Die LED-Kelligkeit können wir nicht einstellen. Aber wir können die Blinkgeschwindigkeit einstellen, sodass man jetzt zum Beispiel sagen könnte, je mehr Licht auf den Sensor scheint, desto schneller soll die LED blinken. Das könnt ihr mal ausprobieren. Ja, soweit erstmal zu diesem Sensor. Und dann geht es weiter mit dem nächsten Video. Das könnt ihr ja mal ausprobieren.